Den Weihnachtsmann gibt's wirklich. Ja, genau. Und Mickey Mouse vermutlich auch. Sterne, ich bleib hier, sonst stürzen wir an! Guck mal, was ist denn das da für ein komischer Wagen? Niklas ist der Weihnachtsmann, der echte. Und Mathilda ist ein richtiger Weihnachtsengel. Er ist was? Der Weihnachtsmann, ja, der bin ich. Aber wenn's nach denen hinter der Tür da ginge... Dann wäre unser lieber Julebuck längst aus Schokolade. Und zu allem Unglück ist bei unserer unfreiwilligen Landung ja auch noch die Schneemaschine kaputt gegangen. Charlotte und ich können doch den Schlauch ins Weihnachtsland bringen. Diese Berge da, irgendwie sehen die bedrohlich aus. Findest du nicht? Hier, mit den besten Grüßen von meinen Kobolden! Je länger wir bei euch bleiben, umso leichter kann uns Waldemar hier finden. Wir beide werden jetzt Julebuck einen kleinen Besuch abstatten. Das wird dir noch leid tun, du Betrüger! Du Weihnachtsräuber! Das reicht! Was wird das für ein trauriges Weihnachten? Ach was? Noch ist nicht aller Tage Heiligabend. Heute gibt's noch eine Wahnsinnsüberraschung. Eine Überraschung? Was denn für eine, ähm, Dings? Zimtig süftige Weihnachten allerseits!